Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jeder und jede von Ihnen, von uns, hat verschiedenste Patientengruppen im Rahmen seiner Tätigkeit oder generell, zu denen er eine besondere Beziehung entwickelt hat. Bei mir sind es die neurologisch erkrankten Menschen, insbesondere die Kinder, aber auch die chronischen Schmerzpatienten und die Menschen in der Palliativversorgung. Gerade deswegen liegt mir dieses Gesetz sehr persönlich am Herzen. Denn mit diesem Gesetz erreichen wir eine bessere Versorgung auch dieser Patienten mit weiteren cannabishaltigen Arzneimitteln. Das ist mir ganz wichtig, in standardisierter Qualität. Das ist übrigens auch der rote Faden für mich in diesem Gesetz. Es geht nicht um Kiffen auf Rezept. Das war jetzt nicht die Berliner, sondern es war eine andere Tageszeitung in der letzten Woche. Wir wollen eine weitere Behandlungsalternative, eine medizinische Behandlungsalternative eröffnen. Gleichzeitig den aus meiner Sicht nicht zielführenden Eigenanbau, weil es um eine qualitätsgesicherte Behandlung geht, verhindern. Technisch kontrollieren und steuern wir, das haben Sie gehört, die gesamte Herstellung. Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird die sogenannte staatliche Cannabisagentur eingerichtet, die den Bedarf ausschreibt, die Qualität eben überwacht. Die gesamte Ernte aber auch aufkauft und dann an die Hersteller, an die Großhändler, an die Apotheken weitergibt. Alle müssen sie die Betäubungsmittel und vor allem auch arzneimittelrechtlichen Vorschriften einhalten. Das betone ich deshalb an dieser Stelle, weil es sich sicher nicht um landwirtschaftlichen Anbau handelt. Der eine oder andere hat verschiedene Fragen in diese Richtung gekriegt. Es geht um die Herstellung von Arzneimitteln. Und weil wir diesen Menschen helfen wollen, lieber Harald Terpe, übernehmen wir die Verantwortung für einen Weg, der so neu ist. Sie alle, wir alle wissen ja, wie ein Medikament in den Behandlungsablauf kommt. Die Arzneimittelhersteller müssen nämlich Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität eines neuen Wirkstoffs anhand aufwendiger klinischer Studien nachweisen. Bei Cannabis ist die Datenlage dünn. Es gibt kaum, das haben wir in der Anhörung gehört, evidenzbasierte Nachweise, dass Cannabis besser oder geeignet ist als andere Therapien. Uns ist aber auch allen klar, die klinischen Eindrücke sind eindeutig. Es gibt, das ist bei den Patienten ganz generell so, das ist uns bewusst, nicht auch, aber durch eine besondere Petition zu diesem Thema, einen hohen Leidensdruck. Es gibt leider viel zu viele Patienten mit schwerwiegender Erkrankung, für die Therapiealternativen fehlen. Da geht es um schwere Schmerzen durch Krankheiten. Ich nenne die Onkologie, ich nenne die Multiple Sklerose, die epileptische Anfälle. Es geht auch um chronische Schmerzen. Diesen Menschen wollen wir die Therapie sicher nicht vorenthalten. Und wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Medizinalhanf, die getrockneten Blüten und Extrakte als Behandlungsalternative etablieren wollen, dann müssen wir auch die Akzeptanz verbessern. Weniger bei den Patienten als vor allem bei den Kostenträgern und bei den Leistungserbringern, von denen sich zumindest relativ viele noch gar nicht mit der Therapieoption beschäftigt haben. Und deshalb sind wir sehr gut auf die in der Anhörung geäußerten Sorgen und Bedenken eingegangen. Wir haben es gehört, die Therapiehoheit der Ärzte wurde gestärkt. Der Patient muss natürlich nicht erst langwierige Nebenwirkungen und schwerwiegende Nebenwirkungen ertragen, bevor der Arzt den Medizinalhanf verordnen darf. Und der Arzt verordnet ausschließlich aufgrund eigener Prüfung im Einzelfall. Und um den befürchteten Missbrauch auch dazu gab es natürlich die Stimmen in der Anhörung so weit wie möglich auszuschließen, muss die Erstverordnung von der Krankenkasse genehmigt werden. Umgekehrt, natürlich gibt es auch den Vorwurf des zu rigiden Genehmigungsverhalten der Kassen, dürfen die Kassen die Genehmigung nur in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der üblichen Frist in der Regel drei Wochen ablehnen. Und todkranke Menschen in der Palliativversorgung sollen und können natürlich nicht so lange warten. Dafür kürzen wir die Frist auf drei Tage. Ich habe es erwähnt, meine Damen und Herren, die wissenschaftliche Datenlage ist dünn. Selbstverständlich brauchen wir die weiteren Erkenntnisse, um so eine Entscheidungsgrundlage zu finden für die dauerhafte Aufnahme in die Versorgung. Da ist es gut und richtig, dass beim BfArM die Daten und Informationen im Rahmen dieser nichtinterventionellen Begleiterhebung gesammelt werden. Allerdings wollen wir nicht die Patienten, wie im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, dazu verpflichten, an einer solchen Begleitforschung teilzunehmen. Da weiß jeder, wie es um die Angst vor der Weitergabe von Behandlungsdaten bestellt ist. Es werden nun keine personenbezogenen Daten weitergegeben. Die Behandlungsdaten werden anonymisiert. Und der behandelnde Arzt muss lediglich die Patienten darauf hinweisen, dass er diese anonymisierten Daten weitergibt. Das Wissen aus der Begleiterhebung, lieber Harald Terbe, ersetzt natürlich keine klinischen Studien. Die erstellen in der Regel die pharmazeutischen Unternehmen im Rahmen der arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren. Und es gibt derzeit auf der Grundlage der bei BfArM vorhandenen Daten 13 klinische Prüfvorhaben zu unterschiedlichen Indikationen. Auch die Regierung ist sich ihrer Verantwortung bewusst, Herr Kollege Tempel. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert zum Beispiel ein Forschungsvorhaben zur medizinischen Verwendung von Cannabis bei Schizophrenie. Das alles zeigt, dass wir auf breiter Front die Therapiemöglichkeiten verbessern wollen. Vielen Dank an das Haus. Ich nenne jetzt ausdrücklich auch Kollegin Zöllner, die sich mit sehr viel Herzblut von der CSU bei uns für dieses Thema eingesetzt hat und sich derzeit im Mutterschutz befindet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der Opposition. Sie haben im Ausschuss und hier zum Teil Zustimmung signalisiert, es wäre ein schönes Zeichen gemeinsamer Verantwortung, wenn Sie heute alle zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Burkhard Blienert.